ein noob auf dem schlachtfeld tag 15 so da sind wir wieder nach für mich einer kleinen abstinenzrunde so anderthalb wochen hatte ich jetzt überhaupt keine zeit ihr habt gesehen wir spielen eroberung ich hatte jetzt so anderthalb wochen leider zeit technisch gesehen keine zeit macht ja nix trotzdem war davor war ich noch ein bisschen aktiv was man vielleicht daran sieht dass ich inzwischen irgendwie level 10 bin oder so ist jetzt auch nicht so die welt aber naja was soll da gar nicht sehr schön delta ist erobert ich fahr mal rüber zu c aber mal schauen was wir heute technisch ja so verreißen können da führt die straße lang ich weiß nicht wieso ich frau mit so ich mach mal lieber hier auf den da problem ist mit dem panzer einlegen hat sich doch direkt deinen kürzeren habt ihr den ja sie haben so ziemlich weggeholt treffer nummer eins gut ist noch einer da hinten ist noch einer so und da waren eben doch auch noch ein paar jungs merke da scheint es nicht überlebt zu haben wäre auch fast erstaunlich gewesen wenn das gewesen wäre also wenn er das überlebt hätte dahinten ist einer doch nur der gott zu mir schon wieder ein feindlicher verdammt da muss man jetzt wohl dazwischen sagen dass ich jetzt inzwischen hat vielleicht aufgenommen aber da ist natürlich ein bisschen andere steuerung und ich habe auch mal wieder groß da ist jetzt inzwischen einigermaßen nicht leckend funktioniert auch mal nur verdammt mist auch mal eine runde gespielt und da ist ja wieder wirklich so steuerungen sind unterschiedlich und dementsprechend ja mal gucken also scharf schützen technisch bin ich hier eigentlich recht zufrieden aber ich möchte natürlich lieber ein bisschen den spielmodus nachgehen und erobern das hätten wir zum beispiel noch gut mitnehmen können charlie versuchen wir mal rüber nach alpha zu gelangen würde mich auch interessieren wie das jetzt bei mir mit dem mikro und so klingt ich habe das mischpult etwas anders eingestellt also sprich hat man versucht noch ein bisschen zu optimieren weiß noch nicht ob mir das wirklich gelungen ist vielleicht hört man ja einen kleinen unterschied überdimensional sollte hoffentlich nicht sein aber ich hoffe ein bisschen ein bisschen hoffe ich zumindest so ich sehe niemanden ich sehe niemanden das heißt wir schleichen uns mal weiter an da oben drauf kommt das wäre doch eine scharfschützen position leider auch für alles was von unten hoch schießt eine sehr gute position um abgefangen zu werden na super und wir haben schon wieder ein panzer in der nähe gucken wir mal das problem ist ich muss jetzt daran gewöhnen dass ich jetzt wieder mit maus rad hier agieren muss und nicht wie bei ghost mit eins und zwei so dann okay feindlicher panzerjäger ist vielleicht auch nicht so knorke für mich wir haben wir bleiben hier mal schön stehen in der hoffnung wenn einer ankommt dass uns dann in die falle läuft okay es hat aufgehört das heißt irgendjemand ist hier nicht so einer anscheinend und da kam er von oben sonden und alles mist ach wie schade okay so ich möchte mich auf jeden fall wieder annähern du hast eine nette position da komme ich doch mal glatt hin verdammt 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 ich muss wieder auf die ring achten das ist jetzt hier genau da muss ich auch wieder drauf achten was läuft denn dort unten das wird mir nichts angezeigt daher schieß ich einfach mal ganz dreist drauf bevor es ein feind ist und mich jetzt zuerst weg holt wow nein ist er war das knapp war das knapp ich weiß gar nicht was habe ich denn für aufklärungsdinge eigentlich dabei ich weiß es gerade nicht was haben wir überhaupt dabei klar claymore habe ich dabei verdammt könnte ich natürlich auch gut einsetzen da steht so die ganze bände verdammt jetzt eine claymore da noch ah wenn man das gewusst hätte klären wir euch glaube ich noch nicht ein als die smart benutzt dementsprechend wäre das auch gar nicht mal so schlecht die mal zu nutzen aber es sieht gut aus hey nimm mit nimm mit nimm mit ach manno mist da wollte ich mit messer zu viel verdammt aber man kann hier den turm echt hochklettern ei karamba so du hast eine schöne posi von da kann ich auf jeden fall da astran reinschießen wenn sie die position so du bist erledigt schauen wir doch mal voll ah das wäre schön wenn ich komm 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 Positionswechsel und wollen nachladen auch ah von ah verdammt hier war noch einer Mist hallo Pionierkollege ah schön gemacht schön gemacht so komm 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 wo will ich denn hin da will ich hin dort will ich hin ja ich bräuchte ein bisschen mehr zoom auf diesem ding das wäre richtig Knorke der Lump der Lump der Lump geht mir grad auf eine Schnür sinken ah gut gemacht Kollege da rein ist dumm also da bin ich echt da bin ich ein gefundenes Fressen ich würde ja gerne hier wieder irgendwas so bei ihm oder irgendwo spawnen das heißt wir werden wahrscheinlich den Panzer jetzt mitnehmen auf jeden Fall weiß ich schon mal was ich jetzt habe wo ist er 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 mit dem Panzer habe ich mir auch noch nichts gemacht ja 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 er scheint gefahren zu können wer mich mich hier gerade durch die Gegend chauffiert feindliche Drohne gesichtet ich sehe mal wenn ich meinen Feind sehen würde wäre es schön ich sehe nur nie einen nur den da ganz weit hinten weg du ich möchte aussteigen danke hallo hallo lauf ah ich hänge hier irgendwie gerade in irgendein ach so so und irgendwo hier muss doch einer sein direkt vor mir der kann doch nur da oben sein eigentlich oder Achtung jemand wurde soeben als HZ getaggt okay mein kleiner Freund wir haben die Kontrolle übereinst und Kupferstecher Zeroing muss ich noch machen uah du bist doch noch da oben komm ich weiß dass du noch da oben da ist er du hast nicht nur er ah ah verdammt nochmals ah ah schön ey dieses Kopf überschießt das ist anscheinend gar nicht so einfach ah ok wo können wir hier spawnen von dort so können wir da ordentlich rein so gucken wir doch mal das sind 300 nochmals Meter ha halt erst wieder durchatmen können aaaa ha ich hab mich nicht erwischt ach man no das war doch mein Kill ha 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 ah ja ein bisschen besseres Zoom wär schön aber ohne den Ragefinder bin ich irgendwie nicht ich und 40fach Zoom macht dann wieder auf kleinere Maps Probleme das ist mal so die Wahl zwischen Pest und Cholera ne äh da muss man immer so ein bisschen abwägen was ist einem wichtiger äh kurz, mittel oder komplette langen und weiten Distanz äh ich versuche immer so den mittleren Weg zu gehen und hoffe dann einfach auf die Warte irgendwas zu treffen wow gucken wir mal bei uns hier oben mal um weil hier oben waren ja schon mehrmals Schlawiner die mich weg geholt haben äh ich habe einen feindlichen Panzer nördlich in der aktuellen Position gesichtet psh hehehehe ah ja ungewöhnlich jetzt wieder also ich bin gerade irgendwie wirklich so ein bisschen in Ghost drin glaube ich von der Steuerung her nicht gut, nicht gut ich sehe niemanden ich sehe niemanden ich bin gerade neutralisiert so, versuchen wir mal nach Alpha hinzu ja da ist was im Einsatz was Böses anscheinend sogar da oben fliegt einer ich hab das Fahrzeug gerade alle geholt da, für dich mir egal, wenn ich jetzt mit drauf gehe das war mir jetzt egal ich wollte dieses C4 noch sprengen ah schau schau dass ich jetzt nicht sehe, ob es was gebracht hat ach, weil ich musste da zeitlich auch husten das war so richtig für mein ha so, da quämmts du gehörst zu mir yo, ich hab meinen Scheit nicht erledigt yeah pfff ich äh im Tod nen Panzer geholt da ist das doch auch mal was jemand wurde gerade vom feindlichen Commander als HZ markiert da ist ein kleines Fahrzeug hier gehts irgendwie wieder ganz gut rund B ist safe D wär mal wieder ne Überlegung oder hier A ein bisschen absichern da hinten läuft was da läuft was da läuft und wo kam der Schuss denn von wo kam der ah, Mist, von wo? ah, da hinten Mist Mist Hackna wieder warte, so Hackna kann natürlich da Astrein auch drauf anlegen komm komm Hackna ist doch immer noch hier oben mit Sicherheit da ist er treffer ja und da ist irgendwo noch einer und da ist irgendwo noch einer ich versuch's mal ich versuch's mal mit ich versuch's mal mit Gemütlichkeit mit Schleichen, Ruhe und Gemütlichkeit ah, ich seh' eh nichts, du vom eigenen Teamkollegen geblendet ich muss mich jetzt mal wieder gucken wer ist das denn hier hinlegen und alles ah, Steuerung anderthalb Wochen fahrert mit der Ellen juiuiui ja ja, na, er hat mich auch im Visier la 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 ich bin gar nicht hier hm, wollen wir uns auch nen Panzer holen da hinten ist wieder wer da hinten ist wieder wer wo landet er ich hab nen feindlichen Flieger erst nicht deiner aktuellen Stellung gesichtes das heißt, dort ist das böse Panzer Ding Da ist er. Da war er. Das heißt, auf nach B. Denn da ist ja gerade einer runtergegangen. Und wo einer ist, sind Sicherheit noch mehr. Uai. Treffer ins Kreuz. Nicht gut, aber erledigt. Nicht gut. So. Wo könnte man mal wieder hin? Ich weiß gar nicht, ob ich hier in die Schüssel rein will oder runter. Unter die Schüssel will. Glaub ich. Ah, verdammt. Hab ich den gar nicht getroffen? Nein. Wahrscheinlich ist die Kugel akkurat rüber geflogen. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade geserroht hatte. Mist. Ja, ich muss da wieder reinkommen. Wieder. Scheint gut zu sein. Ich geh trotzdem nach da. Ich wollte aber eigentlich nicht von hier oben, sondern ich wollte von unten rein. War da wer? War da wer? Jaix. Einen Grund mehr, nach unten zu gehen. Aua. Und sich alle Knochen dabei zu brechen. Ich weiß gerade nicht, von wo die ganzen Schüsse kommen. Irgendwo von dort. Ahahaha. Da kann ich gar nichts gegen machen. Gegen das Mistding kann ich gar nichts machen. Oh nein. Jetzt kommt doch noch ein Panzer hier angeschüßert. Dann haben wir hier unten natürlich mal richtig fun. Und der scheint zu kommen. Ah, 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 ah. No, 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 no. Mist! Da waren sie schon wieder die... Zwei Kollegen! Mist, 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 Mist. Also gut, laufen tut's. Ja, und jetzt ist der Panzer da. Auf den hätte ich ja eigentlich versucht, zu warten. Ich glaube, ich versuch's mir jetzt auf C zu gehen. Mal kurz so ein Überblick hier. Da war einer. Hm, versuchen wir mal ein kleines Stück runter zu gehen. Und da war er. Ich habe ihn genau gesehen. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger nördlich seiner jetzigen Positionen gesichtet. So, ich komme mal freundlich mit dazu hier. Da kommt wieder was Böses. Ich habe keine Ahnung, ob das... Der hätte ihm auch geil gemacht, da drauf zu fahren, oder? Ah, verdammt! Aber geil geparkt, der Panzer ist echt geil geparkt. Ah, diese Runde dauert aber auch echt lange, oder? Ah, 400 Tickets. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Und das ist ein recht ausgeglichener Kampf, was das auch noch erklärt. So, auf zu zähl wieder. Du bist schon tot? Wow, wow, wow. Irgendwas schießt hier auf mich. Irgendwas schießt hier. Das mag ich nicht. Ich werde ihn nicht so gerne beschossen. Seid da denn narrisch, meine lieben Freunde. So. Über uns kreist eine feindliche Drohne auf der Suche nach Infanterie. Irgendwas. Einsatzziel. Seid da, wo du mal kreditierst. So in den Grund dazu holen, kriege ich leider da oben also. Nee, da hat nur was geleuchtet. Verdammt. Da war er nicht. Ich habe da nur was kurz aufblitzen sehen. Habe jetzt gedacht, oh, da oben ist einer auf dem Turm. Dem war nichts. So, da ist aber einer. Da ist aber einer. Habe ich da wieder Granate runtergekriegt, anscheinend? Ah, schön. Hier scheint es auch gerade wieder richtig rund zu gehen. Also ich gehe wieder nach C hier. Weil da kommt gerade das meiste Gelump ein. Okay, so. Da kloppen sich gerade zwei. Bist du jetzt einer von uns oder nicht? Ich hasse es, wenn dieses, äh, wenn die Markierung so später ist angezeigt wird. Oder gar nicht. Wie in dem Fall, wo man dann wirklich, ja, schieße ich jetzt oder nicht, ne? Ja, komm, komm, komm. Ich sehe. Ich weiß, dass du da bist, mein Freund. Wir wechseln mal so ein bisschen Position wieder. Das Problem ist, ich habe hier ja eigentlich überhaupt keine gute Position. Okay, wenn da so ein Ding... Das irritiert aber auch immer so extrem. Ein führerloses Fahrzeug. What? Direkt neben mir, oder wat? Ja, den hätte ich auch gut noch holen können. Hier muss da noch einer. Da ist er. Ey, komm. Für die Aktion müsste er mich werden loben. Also das war jetzt ja wohl mal geil, oder nicht? Das war doch jetzt mal echt geil, oder? Das war die sich, die sich eigentlich dicken müssten. Und ich hole sie weg. Und mit dem Messer. Ich freue mich gerade tierisch darüber. Das klappt mir mal. Aua, aua. Okay. Ui. Na, ich hänge hier wieder, ich hänge hier wieder, ich hänge hier wieder. Wer weiß, wo ich bin? Einer weiß es, einer weiß es, einer weiß es. Aber wo ist er? Ah, lauf, 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 lauf. Da ist er. Da war er. Sorry, wenn du da spawnst und mir direkt vom Visier, da kann ich ja auch nichts für. Leider hat der Schuss nicht genug getroffen. Ah, deswegen muss er auch mal wieder, wenn ich jetzt Zeit habe, spielen und auch das andere Scharfschützengewehr skinnen, was ein bisschen mehr Schaden macht. Da habe ich aber halt den Ragefinder und alles noch nicht, was ich schade finde. So. Mal auf nach Alpha. Ui, 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 ui. Wo kommen die ganzen Schüsse? Ach, der Feind hat einen Soldaten unserer Steves als HZ gelegt. Mann! Wie eine Situation. Ha, hat ja, zumindest ist er tot umgefallen. Ob es jetzt mein Verdienst war, weiß ich nicht. Oh, hier ist ordentlich was los. Können wir wieder wen messern? So, den haben wir erwischt. Da, frisst die noch! Und hoffentlich stoppt da jetzt noch ein anderer dran. Komm! Ach, verdammt! Ich muss mich aber ein bisschen mehr konzentrieren. Ich glaube, dann klappt das auch. Verdammt, die Folge heute wird echt lang. Hier wird richtig, äh, ja, hyperprämium. Äh, nee, da ist schon ganz sympathisch. So, dann wollen wir uns mal gucken, ob wir uns hier mal eindecken könnten. So, oh, dass die Markierung da manches Mal so lange fehlt, das ist einfach nur nervtötend. So. So, mal gucken, ob da mal einer vielleicht drauf reinfällt. Komme ich hier irgendwo hoch? Da komme ich hoch. Und da ist es auch vorbei! Mein Team hat gewonnen! Mei, gar immer! Geht sterben, Sniper! Das ist aber auch sehr nett. Mann, wie böse seid ihr denn? Ha! Wunderbar! Level 11! Corporal! Das hat doch... Panzerbekämpfer! Sniper hat wieder was gebracht. Pistole war es. Mit der Granate haben wir auch mal wieder getroffen. Yeah! Hm. Brandgranate, aha. Zack, 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 zack. Ein paar Ribbons, nicht viel, aber immerhin. Und warum auch immer ich einen Booster aktiv habe. Äh, ist mir egal. Ei, ei, ei. Ja! Sag ich mal, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Noob auf dem Schlachtfeld. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö